... der genau parallel fährt. Das ist die herrliche Aussicht von Winterberg. Das Land hier. Das ist das, was man hier befestigen müsste. Das soll die Ruhrquelle sein. Sieht eher aus wie ein Abflussloch. Wenn man das nicht genau wüsste. Guck mal, da ist so prunkvoll alles. Komm, sollen wir machen das jetzt geladen? Da kann man üben. Du siehst, das ist die Ruhr vor Oldsberg. Da ist schon ein guter Fluss. Da muss man jetzt den Touristenverein schild. Das Land aus 1000 Märchen. Ja. Ja, das ist eine schöne Gegend hier. Was wir hier falsch gemacht haben, ist natürlich diese Straße. Hier rum oder sowas... Wir sind auf dem Weg nach Meschide. Ganz schön ein Gegenwind. Das ist in Meschide. Wie sieht es da aus? Das kann man eigentlich kaum glauben. Das ist Öventrop. Das ist der weltberühmte Rottalradweg in Arnsberg. Das ist typisch Regierungspäsident. Das ist ein Gegenwind. Das ist ein Gegenwind.